In einem immerwährenden Kreislauf füttern sich die fünf Elemente gegenseitig mit Energie. Und jedes Element füttert seinerseits einen Bereich menschlichen Seins. Das Holzelement gehört zu den Organen Leber- und Gallenblase. Es versorgt die Muskeln des Körpers. Die ihm zugeordnete Emotion ist die Wut. Alle rasch aufbrechenden Kräfte gehören zum Holzelement. Am besten lässt sich diese Dynamik im Frühling beobachten, wenn alles zu blühen beginnt. Der saure Geschmack unterstützt das Holzelement. Extremes Verlangen nach sauren Speisen oder eine besondere Abneigung gegen den sauren Geschmack verweisen auf ein Ungleichgewicht im Holzelement. Nahrungsmittel des Holzelementes speisen die Energie in diesem Bereich und erzeugen Gleichgewicht. Herz und Dünndarm sind mit ihren Organen dem Feuerelement zugeordnet. Die wärmende Kraft des Sommers gehört hierher. Nahrungsmittel aus dem Feuerelement unterstützen die nährende Funktion des Blutes. Freudige Gefühle und der bittere Geschmack sind Kräfte des Feuers. So wie unser deutsches Sprichwort sagt, was bitter dem Mund, ist dem Herzen gesund. Die bittere Note in der Geschmackskomposition einer Mahlzeit stärkt die Energie im Feuerelement und damit die Herzkraft. Milz und Bauchspeicheldrüse gehören als Organe der Mitte ins Erdelement. Und so wie das Bindegewebe im Körper alles mit allem verbindet, spiegelt das Erdelement unsere Fähigkeit, Verbindungen einzugehen. Denken, Grübeln und sich Sorgen sind psychische Funktionen des Erdelementes. Im Spätsommer der Erntezeit wird die Lebenssüße gesammelt, geschmackvolles Geschenk der Mutter Erde für ihre Kinder. Menschen, die viel Süßes brauchen, verlangen unbewusst nach Kraft im Erdelement. Weist der Speiseplan genügend erdhafte Lebensmittel auf, so verschwindet das Süßigkeitenbedürfnis auf natürlichem Wege. Wenn der Herbst einzieht, heißt es trauernd Abschied nehmen von der Fülle des Sommers. Abschied und Neubeginn. Transformation in eine neue Ebene. Diese Prozesse bezeichneten die alten Chinesen als Widerschein metallener Energie. Wie der transzendente Schimmer des Goldes erleuchtet das Metallelement uns den Weg in neue Ebenen des Lebens. Die scharf pikante Geschmacksqualität unterstützt dabei die Organe Lunge, Dickdarm und Haut. Der scharfe Geschmack bewegt die Energien aller Elemente. Die Lebenskraft Qi fließt durch die Organe und sorgt für harmonischen Ausgleich der Gefühle und der Körperkräfte. In der Kälte des Winters wird alles starr und scheinbar unlebendig. Angst und Furcht gehen an die Nieren und belasten die Knochen. Aber nur scheinbar stagniert das Leben. Unter der eisigen Oberfläche sammelt es neue Kraft für einen nächsten Aufbruch im Frühling. Salz wärmt die Nieren und stärkt die Kraft der Konzentration. Das Salz des Lebens gibt seine ursprüngliche Energie in den Gesamtkreislauf, damit Leben entstehen und aufbrechen kann. Wie in einer harmonischen Gemeinschaft speisen sich die fünf Elemente gegenseitig. Qi, die Lebenskraft, sorgt für den immerwährenden Fluss der Grundenergie. Ein ausgewogener Speiseplan versorgt jedes Element mit seiner spezifischen Geschmacksqualität und füttert dabei gleichzeitig die zugehörigen Organe und Gefühle. Zwei polare Kräfte beobachteten die alten Chinesen im Universum. Nach der Philosophie des Taoismus ist es die Begegnung und Wechselwirkung zwischen ihnen, die Leben spendet. Alle Erscheinungen im Kosmos bilden Kompositionen aus den gegensätzlichen Kräften Yin und Yang. Überwiegt das Yin, so finden wir die Qualitäten Kälte, Feuchtigkeit, Dunkelheit, aufsteigende Kräfte, Materie. Eine Yang-Dominanz zeigt sich in Hitze, Trockenheit, Helligkeit, absteigenden Kräften und Energiewirkung. Wässrig-kühlende Nahrung gehört dem Yin an. Trocken erwärmende Nahrung führt dem Körper Yang zu. Unsere Körperempfindung führt uns zur richtigen Einschätzung über Yin- und Yang-Einteile in den Lebensmitteln. Alle Nahrungsmittel finden ihren Platz in der Ordnung von Yin und Yang und in fünf Elementen. Ja, Frau Leopardi, was fühlt Sie denn zu mir? Also, mir ist oft kalt und dann wärme ich mich schlecht wieder auf. Und ich fühle mich oft voll nach dem Essen, sehr voll. Ja. Und habe dann das Bedürfnis, mich hinzulegen. Ist Ihnen morgens nach dem Aufdehnen schon kalt? Ja, also erstmal ist mir vielleicht schon warm, aber dann kühle ich mich schnell ab. Vor allem, wenn es draußen kalt ist. Und die Müdigkeit, kommt die nach dem Essen? Oder ist die permanent da? Hauptsächlich nach dem Essen. Eine Einschätzung der persönlichen Energieverteilung führt zu den Nahrungsempfehlungen, die Yin und Yang in allen Elementen und Organen harmonisch ins Gleichgewicht bringen. Ein gesundheitserhaltender Speiseplan füttert jedes Organ mit der aktuell notwendigen Energie. Und dann möchte ich mir nochmal Ihre Zunge anschauen. Vielleicht öffnen Sie den Mund ganz weit und strecken die Zunge richtig heraus. Und wenn Sie nicht mehr halten können, nehmen Sie sie wieder rein. Dann machen wir es nochmal. Ganz weit auföffnen. Ja, und die Zunge rausstrecken. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter öffnen. Wunderbar. Dankeschön. Vielen Dank.